die ganzen grünen kommen jetzt rein nur fünf jemanden als ich werde ich habe ein paar Sachen gekriegt und Köln und ich hätte sich mit der Junge da ist dann haltbarkeit als Effizienz 1 8 9 auch mehr jemanden k ja ich hab das war ja als er hat und so gehört k ich hoffe dass es ist nie mit 7 jemanden kommt noch ein noch ein ein jemand um haben die die Erdnacht mit die Tüten die hat jemanden getroppt und ich habe keinen Krieg der Koffer bitte überlassen mir den Erdnacht Brustpanzer H das Zeug und bei den Haaren das war auch das war auch bei mir und die 15 Minuten gebraucht für einen ja mann jetzt schon der schiene meins kommt nein da war nicht der bohr die ich ehemal kann ich wahr sein mann exo wie viel hast du denn jetzt 8 jemand block du hast ein diamant block nein ich habe noch vier diamanten noch zwei diamanten übrig jetzt hier wird es diamantprozall nicht plus zwei diamanten ich glaube ich habe gleich mal ein diamantschwert ich habe ihn gekriegt lol das ist ein weil ich nicht heilig gesehen ja ich glaube ich glaube ich glaube ich doch ich glaube ich glaube und das wird ich bin tot verschossen versuchte ein Hanisch zu kriegen nein ich bin Nice. Ich hab dein Hanisch. Oh, ich brauch aber eine Spitzhacke. Wie viele Diamanten hast du jetzt? Äh, neun. Hier ist richtig viel. Hier liegen Unsichtbarkeitsdränke, alles. Nein, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Bitte, bitte, bitte. Komm, ich bin jetzt der Erste, der hinkommt. Bitte, bitte. Du bist voll Eisen, wenn du hier hinkommst. Was ist das? Komm, 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 schnell, schnell, schnell. Nein, da kommt jemand, der... Ich bin schnell, ich bin schnell, ich bin schnell. Ja, runter, runter, runter. Wo, 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 wo? Nice. Schütz zwei Hanisch immerhin. Ich hab auch noch dein Diamantanisch. Nice. Hast du dein Bogen? Äh, Bogen, Bogen, ich hab... Äh, da sch... Nein, mein Bogen, mein Gäler Bogen, scheiße. Mist. Mist. Hey, guck mal bitte, Herrnisch. Leute, hab auch nicht mit. Tschüssig, eins. Ich geb dir... Äh, alle die ja noch in den Blick hab. Nice. Bitte, bitte. Leute. Oh, hier bist ja voll... Ich bist ja voll hier. Komm, komm mal hier. Komm mal hierhin oder so. Hier. Ja, wohin? Leute, was? Und wo wird geschossen? Ich hab nicht von dir, von dir. Ich bin... Ist tot. Ist tot? Ne, ne? Soll ich immer versuchen, da reinzuschlagen, der Opelbogen. Leute, ich glaub, wer hat meinen Bogen, kann das sein. hat die hat das hat auch jetzt alles ich hab nix aus dir auch wenn ihr schreckt nur gar nichts nur ein Diamanten gar nichts zu verbreiten ja vor allem habe ich jetzt zwei Diamanten sich mit der Mannschaft kraftnach sein übrig hallo ich glaube die das was wir haben Warten Prozent an die haben die Hose ich glaube nicht erst jemand her oder hast du immer noch übrig für mich Armin K die Kürz und Freitag die Verbraunen hier kommen deutlicher Wert abgeschossen und viele Treibungen 9 vor dem reichlich er ist auch nicht ich schießt einen Untergang Acht, da hinten der! Okay, der hat nen Feuerbunk. Und der ist nicht schlecht. Ich muss noch was essen. Ich renne gerade raus. Wird ja auch, glaube ich, tun, ne? Verwärter dir. Raus, 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 raus. Warte, ah, ich versuche dir... Kann ich dir Hanisch kraften? Nee, ich glaube, ich mache mir erst dir Schuhe und Helm, wo ich mit dir Hanisch mache. Verdammt, ich bin so doof. Ich habe einen Schutz zwei Hanisch. Ich mache mir zu und ich... Die grünen und die blauen holen sich jetzt die Mitte. Also hol dir so viele, die man jetzt wieder noch bekommen kannst. Okay, ich mache mir jetzt gerade... So, jetzt fehlt mir nur Hanisch, noch jemand Hanisch. Ich weiß gerade nicht, ob ich so schlau war, aber zumindest habe ich Schutz zwei Hanisch von daher. Äh, Eisen, deswegen... Dachte ich mir. Nein, komm, komm, komm. Ja, Dias. Da ist noch einer. Ich brauche noch ein Diaschwert plus Hanisch. Das heißt, elf Diamanten. Ich habe einen runtergeschossen. Nee, das heißt, zehn Diamanten. Ich habe einen in die Mitte geschossen. Pass auf, da ist ein Lederblauer. Wo? Nein! Da ist einer gestorben. Ich schieße gerade... Da. Oh, oh. Ja, ich habe eingekillt. Nice. Aber ich konnte... Ich konnte mir nicht alle seine Sachen holen, weil da ein Typ vorbeikam. Ach, jemand... Oh, Diamant Hanisch. Ich freue mich nur auf zwei Diamanten, dann habe ich einen Diamanten schwer. Ich habe noch einen Diamanten. Du brauchst noch einen. Hier, einen Diamanten. Komm, noch einen. Den hier. Nein! Hab ich den? Ja, ich habe ihn! Ja, ich habe ihn! Ja, ich habe ihn! Komm, ich gehe raus. Ich gehe raus. Ich gehe raus. Oh, Diamant Spitzhacke! Diamant Spitzhacke! Oder? Ich habe einen Schutz... Ich habe richtig gute Sachen von dem. Der hatte gute... Gute Eisenrüstung. Okay, warte, warte. Ich mache mir noch schnell eine Diamant Spitzhacke plus Schwert. Also... Okay, warte, warte. Du hast... Okay, okay. Du hast noch einen Diamanten für mich, ne? Ja. Dann habe ich jetzt Diamant Spitzhacke plus Schwert. Cool. Aber geh da jetzt raus. Sie stürmen gleich. Ja, okay. Ich komme, ich komme, ich komme. Ich gehe raus. Weil mich hat gerade schon jemand angegriffen. Okay, okay. Lass... Warte. Gib mir mal hier... Gib mir mal unten ein Wasser. Gib mir mal mit dem Diamanten hier unten. Wer ist hier unten? Okay. Ich habe einen Kraft für den Tabel. Ich brauche mir jetzt Diamant Spitzhacke und Diamant Spitzhacke. Ich versuche dich zu safen, aber renn schon mal Richtung diesem Holzpier. Da hinten! Oh, der hat einen Feuerbogen, den will ich. Nicht sterben. Der wird geslegt. Wenn der jetzt stürzt, dann ist das dann schon. Ah, nein. Ich habe den Feuerbogen nicht bekommen. Oh, schade. Aber der hat auf jeden Fall einen Feuerbogen. Ich glaube, ich werfe gerade Eisenschwerter weg, ne? Voll übertrieben. Braucht doch keiner. Wir haben noch ein Brot. Was? Ja, und ganz viel Melonen, aber trotzdem. Da drin ist ein roter. Oh, schlecht. Der auf dem Pier. Der hat gerade so... Die haben so ein komisches Haus. Da muss man Sachen wegwerfen. Wo bist du? Ach, das bist du da hinten? Wo bist du? Ah ja, ich komme. Ja, sei da nicht, weil ähm... Die haben einen Spitzhacke. Ey, sollen wir den Lexus angreifen von den anderen? Weil... Die haben einen Spitzhacke, ne? Ähm... Warte, wer ist denn gerade... Wer ist denn gerade so nicht... Äh... Wer sind gerade, wo richtig viele wohl hier sind? Grün. Grün. Sollen wir grün einmal greifen? Jetzt nicht. Ey, sollen wir die Mannschaften verzaubern? Ja, mach ich nämlich. Ich will nämlich jetzt kurz... Ich will auch wieder einen Bogen haben. Oh, da hinten! Da hinten ist einer gestorben mit einem Diamantschwert. Ah, ist, äh, clean. Ah, warte. Hat nichts Gutes gehabt. Nichts Gutes gehabt. Einfach mal so voll eislos und so und so. Nichts Gutes gehabt. Ich hab einen Bogen. Okay. Einen guten? Na ja, ne. Ganz normal. Achso. Ja, reicht. Hab ich vorher zwar auch schon, aber... Da hab ich noch einen. Willst du dir einen Diamantschwert verzaubern oder einen Bogen? Weiß ich nicht. Ich glaub eher Diamantschwert. Aber vor allem... Das ist voll untertrieben, Alter. Ein Diamantschwert macht nur ein Damage mehr als ein Eisenschwert. Ja. Wie viel macht das denn eigentlich? Okay, da steht nicht wie viel das bringt als Damage. Äh... Uh! Hä? Letztens war doch noch Phase 5 dreimal so viel Damage, oder nicht? Viermal. Nein, dreimal. Sicher? Ja, aber jetzt noch zweimal. Hm, guck mal. Ja, vielleicht weil dann der Nexus zu schnell dauerngegangen ist. Ich will jetzt 13 Level. Ja, das stimmt aber auch. Ich will jetzt 13 Level. Unser Nexus ist der Beste. Stimmt. Ja, geil. Obwohl alle in der Mitte sind. Ich geh mal kurz ins Markthöhle. Und dann in die Red-Stormine. Ich find das Spielprinzip auch richtig cool. Ja. Kommt. wie spawnt ihr Markthöhle. Da hat er das gut gemacht. Smart. 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 Hier liegt so viel Red-Storm. Wenn ein DER-Schwert bei mir eine Fail-Verzauberung hat, war ich noch ein neues. Haha. Töten, 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 töten. Leute töten macht irgendwie voll Spaß zu mir, wenn man gute Ausrüstung hat und das kann. Wenn man voll schlechte Ausrüstung hat, dann ist das voll scheiße. Was macht Spaß? Leute töten. Ja. Mit DER-Rüstung ist geil. 23. Oh, unser nächstes ist gerade drunter gegangen. Ich hab 18. Honid in Visible portion. Ich hab eine in Visible. Oh lol. Hast du? Eine. Aber müssten wir Diamantrüstung ausziehen? Das wär ja nicht so nass. Obwohl, ne. Tun wir einfach so, als wären wir bei dir. Ja, die greifen eigentlich immer dann trotzdem an. Mirolf. Was? Amit. Ich hab' ne. Das ist deutsch. Das ist dieser Abonnent. Ja, ich weiß, hab ich vergessen. Hab' ich gerade voll vergessen, Alter. Können wir mal zusammen aufnehmen? Mal. 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 Wehen. Mann, ich schreib' immer mit einem kleinen D-Auswahrseher. sehen oder wir machen neues so bei Kanälen als auch von mir läuft ich könnte mal ja so ein kleines Projekt machen Prozent an die oder alle zusammenspielen Anni wer auch immer will oder sowas die Kraft für Scheiß nicht klar wird hat Prozent Prozent an die Anni an der Stelle an die Prozent oder wir machen neues Format so alle Abonnenten können mitspielen die ganze Zeit so einfach nur Livestream machen ja genau alle Abonnenten können mitspielen ein Abonnenten spielt mit mir also alle 9 bei 39 Abonnenten Prozent die ich habe so wie gut vor allem dass es nicht mehr geht Nordrhein-Western geht nicht weil mich eine oder zwei Leute mit zwei Kanälen abonniert haben das geht gar nicht wo 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 sagt doch der grüne Nexus es ist nicht bei uns waren also diesmal in der Mitte ach schlecht Gigi 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 wie viel Level bis jetzt 28 29 20 und hoffentlich krieg ich so eine richtig geile Verzauberung welch ich die Flüchtlinge ist nun wieder an die Säge der Fieser 5 das hatte ich heute wirklich das hatte ich heute ja ja übrigens wir können jetzt mal den Insider ein bisschen aufdeckt und zwar in einer auf alle nicht aufnahme sein ein Spiel ne da hatte ich so als ich habe verzaubert und dann so also nie wird der Gliederfüße aus ne also fünf also ich habe vorher so gesagt ja die Bischöse und Verzauberung ist immer nimmst der Gliederfüße ne denn da habe ich so gesagt so voll übertrieben so ich hab was hast du meinte der Exo ich meine so nimmst du die Gliederfüße also voll übertrieben so so als ob das noch schlechter wäre wenn es fünf ist also voll übertrieben so